Eins, zwei, drei. Hallo! Und wir reagieren jetzt auf alte Äppelwurst. Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, liebe Zuschauer meines YouTube-Kanals. Das ist Can, ich bin Masterjam. Wir fahren gerade nach Berlin, wenn man das Fahren nennen kann. Ja, gerade hat es hier noch richtigen Eisregen gegeben. Genau in dem Moment, wo wir in den Stau gekommen sind. Ich bin jetzt mal die ganze Woche beruflich in Berlin. Und ich dachte, ich nehme euch mal mit auf eine Woche in meinem Leben. Viel Spaß! Es kam mir überhaupt nicht vor wie sieben Stunden. Gar nicht. Wir sind endlich da und guck mal, wir sind jetzt bei Tommy und Chance ist auch da. Wir sind jetzt gleich live im Twitch-Stream, weil wir die geilsten Säue ever sind. Und dann machen wir voll Partys. Oh! Und ich hoffe, wir unterhalten euch jetzt super. Wir haben einige Spiele vor der Masterjam nimmt auf und verwirrt mich absolut. Ich mache einen Block für Masterjam. Jetzt habe ich gerade den Schnitt gesetzt, aber das ist jetzt 35 Sekunden später als eben. Und wir trinken unseren Herstel. Ist ein bisschen bitter, aber ich bin ja auch Unterberg gewöhnt. Hast du nämlich mal diesen heißen Unterberg angedreht in deinem Auto? Oder war das? Ja! Stimmt! Wir haben auch Unterberg hier beim Auto betrunken. Mit Masterjam Unterberg und seinem Auto betrunken. Im Sommer. Im Handschuhfach lag ja. Hier wird es ein Unterberg voll heiß sein. Und wir so. Eins, zwei, drei. Hallo! Und wir reagieren jetzt auf alte Apple Wars von uns. Auf geht! Ja! Ja! 2,2 Millionen. Die Views nehmen wir übrigens gerne für den neuen Apple War. Dankeschön. Zwei hört bei euch der Spaß auf. Zweiter. Meistens schon am Anfang des Videos, wenn die Leute direkt Erster schreiben. Erster. So, jetzt hat der Spaß offiziell aufgehört. Kommt jetzt noch ein Gag? Nein! 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 Seit deinem Leich im Schrank. Seit deinem Leich im Schrank. Das ist vollkommen normal. Ich muss hier nur loswerden. Ich muss hier nur loswerden. Ich versteck sie einfach in der Abstellkammer. Offensichtlich! Wuhu! Hey! Tschüsschen, Sucker! Ich muss die Verhörte gar nicht mehr! Das Video läuft bei mir jetzt bestimmt schon zwei Minuten. Kannst du meinen Zuschauern mal sagen, dass sie mal liken sollen? Liked und abonniert und favorisiert und... Favorisiert? Wann hast du das letzte Video favorisiert? Ja, schon lange her. Ups! Ups! Was war das denn? Ich hatte aber den Tänz im Hintergrund. Was? Hast du den nicht gesehen? Doch, ich hab ganz cool. Ui! 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 Wann wirst du den Tag für mich heute beenden? Der Freitag ist beendet für heute. Aber sowas für... Der Tag ist wieder eröffnet. Wir haben heute Samstag, den 30. November 2019. Und Chan hat großen Frühstück eingeladen. Erstmal dekadentes Frühstück am Morgen mit Lachs und allem rum und dran. Später wird gedreht. Wir drehen was für Master Jam und vielleicht auch für Apple War. Wer weiß. Das wissen wir selber echt noch nicht. Genau. Wir haben den Master Jam Film abgedreht. Link dazu wie gesagt unten in der Videobeschreibung. Und einen Apple War haben wir jetzt nicht mehr geschafft, weil wir die Zeit unter uns genießen wollten. Ich meine, wir sehen uns noch so wenig. Und ich hab jetzt diese Stelle zum Vlog mal ausgesucht, weil das hier so typisch Berlin ist. Ich bin bloß nicht am. Nee. Im Leben nicht. Boah, das wär was. Das wär so peinlich. Also wir sind jetzt gerade auf dem Heimweg und sind alle mega angepisst, weil Phil hat gerade einfach den ganzen Tower alleine ausgetrunken und haben angefangen rum zu pöbeln. Wir sind aus dem Bau ausgeworfen worden. Ja. Und jetzt wollen wir einfach nur nach Hause. Ja. Ach so ein Wichser. Zack, eben und neutralisiert. Mittlerweile ist der nächste Tag angebrochen. Wir haben jetzt Sonntag. Heute habe ich frei. Also heute Morgen haben wir nur die Filme auf Apple War und Master Jam rausgehauen. Und jetzt bin ich unterwegs mit dem bunten Daumen. Hi. Das ist Frischi. Das ist der, der unter jedem Video zu sehen ist. Ja und wir dachten uns, wir gehen jetzt mal ein bisschen noch durch die Eiseskälte in Berlin und sind auf der Jagd. Ich sappe durch das Netz. Ich suche weiter und breit. Doch dann merke ich schnell, es ist YouTube-Zeit. So. Und wir sind jetzt unterwegs, weil wir wollen heute Abend, äh, wir wollen heute Abend Bier-Test machen. Und zwar findisches Bier. Wir trinken jetzt Bier. Uuu, der, der, von dem Haters. Zwölf Sekunden später. Das ist, äh, äh. Na, ha, 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 ha. Phil, als ich dich gestern wiedergesehen habe, dachte ich mir, meine Güte, du bist ja noch fetter geworden. Ich bin wirklich noch fetter geworden. Das Problem ist einfach, dass ich zu viel fresse. So, und wieder ist ein Tag in Berlin vergangen. Heute hat es mich, äh, ins Büro zu meinem Kollegen Stefan Raab verschlagen. Hallo, grüße dich. Ah, äh, mein Daum tern. Du bist ältige Eltern. Wir produzieren jetzt einen neuen Song, der 2020 rauskommt. Ein Covermusikvideo. Yeah. Übrigens finanziert durch euch. Durch die Patrons. Danke. Hör mir nochmal an, wie, wie er das macht. Äh. Du bist nicht so ein kleines Licht. Dass ich sagen lassen muss, dass es nicht hell genug ist, um die Nacht zu erleuchten. Genau. Und da, äh, wieder die, ähm, so, so Bühnensituation mäßig. Mhm. Stell dir vor, du willst noch den in der allerletzten Reihe und das ist dann die Reihe 3000. Ja. Lass uns einfach mal starten und dann schauen wir, ob wir, ich halte den schon rechtzeitig an. Mhm. Kling. Du bist der kleinste Stern am Firmament. Eine Sonne ist. Der war super. Doch. Hä. Ja. Du bist stärker als du ernst. Oh ja. Lass dir von niemandem sagen, dass du irgendwas nicht kannst. Boah. Alter Schwede. Boah. Du bist stärker als du ernst. Lass dir von niemandem sagen, dass du irgendwas nicht kannst. Oh Scheiße. Du bist großartig. Du bist großartig. So. Wir haben fertig für heute. Oh ja. Martin, danke, dass du meine Stimme mal wieder großartig verzaubert hast. Ja, sehr gerne. Und du bist so großartig. 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 Vielen Dank.